Fernando Pessoa, Oxfordshire Ich will das Gute, ich will das Schlechte und letztlich will ich nichts. Ich liege schlecht auf der Rechten, liege schlecht auf der Linken und schlecht auf dem Bewusstsein meiner Existenz. Ich bin universell schlecht und metaphysisch schlecht, doch das Schlimmste ist mir Schmerz der Kopf, eine Tatsache, die schwerer wiegt als das gewichtige Universum. Einmal in der Nähe von Oxford während eines Spaziergangs auf dem Land sah ich von einer Biegung meines Weges aus unweit von mir einen alten Kirchturm aufragen über den Häusern eines Dorfes oder Marktfleckens. Dieser beiläufige Umstand prägte sich mir ein wie eine Fotografie, gleich einer eine Bügelfalte verunstellten Querfalte. Jetzt kommt er mir wie gerufen. Von meinem Weg aus sah ich eine Art Spiritualität in diesem Kirchturm, ein Symbol des Glaubens aller Zeiten und tatkräftiger Nächstenliebe. Von den Marktflecken aus aber war, als ich dort ankam, der Kirchturm, der Kirchturm. Und dem nicht genug, er stand auch noch da. Man ist glücklich in Australien, sofern man nicht dorthin fährt.